Oh, es ist heiß. Es ist so unglaublich heiß hier. Tom sagte, die letzten Menschen wären hier vor 20 Jahren weggezogen, weil es kein Wasser mehr gab. Und ausgerechnet, ich musste mich hier herverfahren. Die Sonne brennt mir so dermaßen ins Gesicht. Wenn ich nicht bald etwas Wasser finde, werde ich die nächste Stunde nicht überleben. Was ist das? Wasser? Ich habe ein Wasserloch gefunden. Oh Gott sei Dank. Oh nein, das ist ganz schmutzig. Oh nein, ich kann es nicht trinken. Ich werde es nicht trinken können. Oh nein. Aber was ist das da vorne? Was ist das da vorne? Vielleicht sollte ich es da mal versuchen. Vielleicht kann man mir helfen.